Heute möchte ich mit dir darüber reden, wie du relativ schnell, einfach und kostengünstig ein eigenes Kamerasystem aufbauen kannst, um bei dir in der Firma Videos zu produzieren. Mein Name ist übrigens Matthias von Hazelight und wir helfen Firmen und Unternehmen dabei, mit Foto und Video mehr Kunden zu gewinnen und höhere Umsätze zu erzielen. Wenn sich das für dich interessant anhört, dann abonniere doch diesen Kanal oder schau auch mal auf unserer Webseite vorbei. Ich würde mich freuen. Die Sache, wenn man mit Videoproduktion konfrontiert wird, ist meistens erstmal erschlagend. Und ich komme auf dieses ganze Thema jetzt überhaupt, weil ich vor kurzem ein Interessentengespräch hatte, oder ein Beratungsgespräch besser gesagt, bei dem es darum ging, dass die Person ein eigenes YouTube-Studio bei sich aufbauen wollte, aber eben vor den technischen Hürden stand. Und der erste Impuls, den diese Person hatte, war der gleiche, den ich hatte, als ich angefangen habe, Videos aufzunehmen. Ich brauche eine teure Kamera. Und das Problem dabei ist, dass die Kamera nur einer von drei Faktoren ist, der darüber entscheidet, wie gut letztlich das Video auch tatsächlich ist. Und ja, auch ich nehme hier jetzt gerade mit einem 3.500 Euro Video-Setup dieses Video auf. Da kommt dann noch ein bisschen mehr dazu, aber nur die Kamera, Objektiv, Speicherkarten, Akkus, Filter vorne drauf, kostet 3.500 Euro. Aber das muss es nicht. Weil wenn ich dieses Setup jetzt nehme und ich lasse einen dieser drei wichtigen Komponenten außen vor, dann wirst du gleich merken, dass das Video ein ganz anderes ist. Jetzt habe ich einen dieser drei Komponenten außen vor gelassen und du siehst, das Video ist sofort ein anderes. Das Bild ist das gleiche, aber das Video anzuschauen macht lange nicht so viel Spaß wie bisher. Also ändern wir das ganz schnell wieder und gehen wieder einen Schritt zurück. So, jetzt haben wir wieder das, was wir haben möchten. Wir haben alle drei Elemente, die es braucht, um ein gutes Video zu machen. Aber wenn ich jetzt noch einen anderen, den dritten Punkt, abschalte, dann wirst du gleich sehen, was diese drei Punkte insgesamt sind. So, jetzt habe ich den dritten wichtigen Punkt für ein gutes Video aus der Gleichung rausgenommen und du siehst, es ist schon lange nicht mehr so gut. Gut, und das ist im Endeffekt der Punkt, den ich hier versuche zu machen. Aber schalten wir das Licht erstmal wieder ein. Alles wieder so, wie es sein sollte. Und du siehst, die drei wichtigen Punkte für ein gutes Video sind Kamera, Licht, Ton. Und der Punkt, auf den du am ehesten verzichten kannst, ist die Kamera. Ganz einfach die Kamera. Und das demonstriere ich jetzt auch gleich, indem ich dir hier oben noch mein Smartphone draufgeklemmt habe. Der Kamerawinkel wird jetzt gleich ein bisschen anders sein, aber letztlich ist es das gleiche Bild. Die Kamera sitzt an der gleichen Position, das gleiche Video. So, jetzt haben wir das Bildmaterial von meinem Smartphone, das oben drüber geklemmt ist. Wir haben den gleichen Ton, wir haben das gleiche Licht, wir haben nur eine andere Kamera. Eine Kamera, die du immer in deiner Hosentasche mit dabei hast und die du jederzeit benutzen kannst, um ein Video zu produzieren. Das Wichtigste dabei ist allerdings, dass du darauf achtest, dass du Licht und Ton hast, der gut ist. Wenn du einen schlechten Ton hast, dann ist das Video gleich wesentlich weniger spaßig anzuschauen. Und um das nochmal zu demonstrieren, das ist jetzt der Ton, den du aus dem Smartphone direkt hörst. Gehen wir schnell wieder zurück zu dem richtigen Mikrofon. Und das ist wieder der Ton, den du von meinem kleinen Richtmikrofon hörst, den ich hier oben angestolzen habe. Du siehst also, du brauchst, wenn du ein eigenes YouTube-Studio machen möchtest, nichts weiter als ein günstiges Licht, ein günstiges Mikrofon und dein Handy. Und das war's. Mehr brauchst du nicht. Und um das Ganze nochmal wirklich zu verdeutlichen. Wenn ich diese Kamera hier aus der Ergleichung rausnehme, dann kostet das gesamte Setup, das ich hier habe, mit den Lichtern im Hintergrund. Warum ist eigentlich die eine rot und die andere lila? Die waren beide lila. Mit allen Lichtern im Hintergrund. Nicht mal 300 Euro. Für unter 300 Euro bekommst du dieses Bildmaterial, wie du es hier jetzt aus dieser Kamera siehst, mit diesem Ton, mit diesem Licht, mit allem. Für 300 Euro. Mehr brauchst du nicht. Und da ist das Stativ, auf dem das Ganze steht, mit eingerechnet. Und ich verlinke dir das alles unten in dem Video. Dann kannst du, also bis auf das Handy, weil es ist gerade egal, welches Handy du nimmst. Aber ich verlinke dir alle einzelnen Artikel unten in dem Video. Und dann kannst du direkt loslegen mit deinen eigenen Videos. Ohne groß Kompromisse eingehen zu müssen, weil das Wichtigste, das du haben musst, ist, dass dein Bildmaterial scharf ist und dass man dich gut versteht. Die Leute schauen sich lieber ein Video mit schlechter Bildqualität an, wenn der Ton gut ist, als ein Video mit guter Bildqualität und schlechtem Ton. Deswegen bitte, bitte, wenn du Geld investierst, als aller, allererstes guter Ton, dann Licht und dann erst in die Kamera. Und bei Kameras, wenn du nicht viel Geld für eine wirklich gute Kamera investieren möchtest und du rennst jetzt nicht durch die Gegend. Sony A6400, A6500, A6600, Canon M50, 1 oder 2, Canon EOS R, P, alles fantastische Kameras. Ich verlinke sie dir unten drunter. Das sind alles Kameras, mit denen machst du überhaupt nichts falsch. Und du bist immer noch in einem Preisbereich, den du guten Gewissens, um mal in diese Videoproduktionstestphase einzusteigen, ausgeben kannst. Das war ein lautes Motorrad. Und in dem Sinne wünsche ich dir noch eine gute Woche, gute Umsätze und wir sehen uns im nächsten Video.